Musik Ein herzliches Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen Wälderbahn der Zukunft, Seilbahnprojekt in den Bregenzer Wald, neue Fahrradkoordinatorin des Landes vorgestellt und es gibt wie gewohnt die News, Sport- sowie Wetterinformationen. Musik Die Wälderbahn der Zukunft ist ein Vorschlag für die Verbindung zwischen Bregenzer Wald und dem Bahnhof Dornbirn. Eine elektrisch betriebene, schnelle und bequeme Hauptverbindung, die für Alltags- und Freizeitverkehre eine Alternative zum Autoverkehr darstellt. Am 30. August 2016 wurde das Konzept erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Der öffentliche Verkehr wird in Vorarlberg zwar bereits gut angenommen, hat im Bregenzer Wald aber einen Nachteil. Zu Stoßzeiten ist er bereits an der Kapazitätsgrenze und die Busse bewegen sich auf denselben überlasteten Straßen wie die Autos. Die Lösung lautet, schweben statt fahren. Die täglichen Wege nicht auf der Straße, sondern in luftiger Höhe entspannt zurücklegen. Mit einer leistungsfähigen und bequemen Verbindung zwischen dem Bregenzer Wald und dem Rheintal. Einer Seilbahn von Dornbirn mitten ins Zentrum des Bregenzer Walds. Die Verkehrsvision Wälderbahn ist eine Kombination aus einer Drei-Seil-Umlaufbahn und der von der Vorarlberger Firma Doppelmayr neu entwickelten Stadtbahn City Cable Car. Sie schafft eine direkte, schnelle Verbindung vom Bregenzer Wald in das Rheintal, kombiniert diese mit einer Stadtbahn für Dornbirn und erschließt dabei auch wichtige Freizeitareale. Schon heute ein Verkehrsknotenpunkt. Am Dreh- und Angelpunkt zwischen Hinterwald und Zentralen Bregenzer Wald fährt jede Minute eine Kabine mit 28 Personen in Richtung Dornbirn ab. Hier schließt der regionale Busverkehr an, liegt der Radweg, stehen Park-and-Ride-Parkplätze zur Verfügung und befindet sich nicht zuletzt der Bahnhof des Wälderbähnle. Nächster Halt, Hochälpele. Mit einer traumhaften Aussicht auf den Bregenzer Wald geht die Fahrt zunächst aufs Hochälpele. Die Station liegt im Inneren des Berges, damit bleibt das Landschaftsbild beinahe unberührt. Für das Ski-, Wander- und Naherholungsgebiet Bödele-Hochälpele bietet diese Station enormes Potenzial. An Kelek vorbei geht es zur Station Karren-Aachmühle. Hier werden die Seilbahnkabinen auf die elektrisch betriebenen Taxis des City-Cable-Car-Systems gekoppelt. Diese nehmen die Kabine Huckepack. Aus der Seilbahn ist eine Hochbahn geworden, ohne dass die Passagiere umsteigen müssen. Dieses System ist selbst engen Kurvenradien gewachsen, fährt eigenständig, elektrisch angetrieben und damit geräuschlos durch die Stadt. Oder besser, über die Stadt. Entlang der Dornbirner Aach führt die Strecke nun in Richtung Innenstadt. Nächster Halt Sägerbrücke Das Einzugsgebiet dieser Station umfasst die Fachhochschule, den Campus, das Competence Center Dornbirn, das Krankenhaus und den Zugang zur Innenstadt. Zahlreiche Menschen haben hier ihre Arbeits- und Ausbildungsplätze. Das Stationsgebäude befindet sich direkt über dem neuen Mobilitätsknoten Sägerbrücke. Es gibt Zu- und Abgänge auf beiden Seiten der Straße für bequemes Umsteigen auf die regionalen Buslinien. Weiter verläuft die Bahn an der Dornbirner Aach geräuschlos über den beliebten Rad- und Fußweg hinweg. Endstation Dornbirn Bahnhof Die Wälderbahn bringt Pendler zwischen dem Bregenzer Wald und dem Rheintal in knapp 20 Minuten sicher und komfortabel an den Bestimmungsort und entlastet die Straßen vom Freizeitverkehr in Richtung Bödele, Hinterwald, Karrenseilbahn oder Waldbad Enz. Sie macht unsere Mobilität ein Stück unabhängiger von importierten Rohstoffen und trägt zum Klimaschutz bei. Das neue Verkehrssystem Wälderbahn existiert vorerst nur in den Köpfen der Doppelmayer-Ingenieure. Laut Experten könnte es jedoch gut umgesetzt werden. Sowohl Landeshauptmann Markus Wallner als auch Mobilitätslandesrat Johannes Rauch nannten die Wälderbahn im Rahmen des heutigen Pressefoyers eine spannende Idee. Was sich daraus entwickelt, wird sich noch zeigen. Informationen zum Projekt finden Sie auf www.wälderbahn.at. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Am Montag eskalierte in der Bregenzer Flurstrasse ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 34-jähriger Mann ging gegen 12.50 Uhr auf einen 41-Jährigen Bekannten los. Er fügte dem älteren Mann eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals zu. Eine zufällig vorbeikommende 27-jährige Zeugin beobachtete den Vorfall und forderte dem 34-Jährigen auf, das Messer fallen zu lassen. Nachdem dieser das Messer fallen ließ, kam es erneut zu einer Konfrontation zwischen den Männern. Die Zeugin verständigte die Polizei. Das Messer wurde anschließend von der Hundestreife gefunden und sichergestellt. Beide Männer wurden bei diesem Vorfall leicht verletzt und werden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. Am Pkw der Zeugin entstand doch die körperliche Auseinandersetzung der beiden Männer Sachschaden. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner sieht den beginnenden Herbst als Härtetest für die Bundesregierung. Die Regierung sollte beweisen, dass sie sich einigen kann, verwies Wallner am Dienstag auf viele offene Fragen, für die es Antworten zu finden gelte. So sei etwa die Obergrenze von 37.500 Asylverfahren dringend einzuhalten. Ansonsten ist die Regierung rücktrittsreif, betonte er. Als weitere im Herbst zu beackernde Arbeitsfelder der Bundesregierung nannte der Regierungschef die Mindestsicherung, die Steuerdiskussion oder den Finanzausgleich, für den noch intensivste Verhandlungen benötigt wurden. Auch gelte es, das Budget zu fixieren. Und das wird im Bund wohl nicht leichter sein als auf Landesebene, so Wallner. Auch im Pressefoyer ging es heute um alternative Verkehrsmittel zum Auto. Und zwar um das Fahrrad. Die Fahrlbergerinnen und Fahrlberger wählen für 15 Prozent ihrer Wege das Rad. Das ist mehr als sonst wo in Österreich. In den nächsten Jahren soll, nicht zuletzt mit Blick Richtung Energieautonomie, der Fahrradanteil auf 20 Prozent gesteigert werden. Trotz des erfreulichen Trends zum Fahrrad steigt immer noch die Zahl der jährlich verkauften Autos. Die Emissionen sind hoch, in Städten und Ballungsräumen gibt es Staus. Das Fahrrad habe das Potenzial, gerade im Nahverkehr, vor allem für weniger als fünf Kilometer weite Fahrten, Entlastung zu bringen. Wir haben eigentlich die Philosophie oder das Ziel, dass möglichst viele die Kombination mit Zug und Fahrrad, insbesondere auch auf dem Weg zur Arbeit, wirklich nützen können. Dort liegt einiges am Potenzial drinnen, auch beim Autoverkehren weniger runterzukommen. Zu diesem Zweck werde es mehr Fahrradabstellplätze in den neuen Zügen geben. Und neben dem Ausbau von Radwegen gelte es auch, die durchgängige Beschilderung voranzutreiben und das Netz an E-Bike-Lade-Stationen zu erweitern. Anna Schwerzler wird sich ab sofort um diese Dinge kümmern. Das Land hat die Investitionen für den Radverkehr in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. 2015 waren es 4,16 Millionen Euro, so Wallner. Bei uns geht es gleich weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Kommenden Samstag stellt Friederike Gösweiner im Rahmen der Bregenzer Literaturtage ihren Debütroman Traurige Freiheit vor. Eine Seilbahn von Dornbirn in den Bregenzer Wald. Industriellen Vereinigung, Doppelmayr und Kairos präsentieren Weltneuheit als zukunftsweisende Verkehrsverbindung. Und Vorarlberg hat bundesweit den zweitstärksten Zuwachs an Waffenbesitzern. Allein die Zahl der ausgestellten Waffenbesitzkarten stieg im Vergleichszeitraum Jänner bis Juni 2016 zum Vorjahr um das Sechsfache. Die Schlagzeilen von morgen, also heute schon hier bei Ländle TV. Das war es auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dann. Grüß dich miteinander. Also ich freue mich jetzt auch richtig auf eine schöne Biktour auf dem Gritschberg im Südertal. Und wie das Wetter wird, das zeigen wir auch jetzt. Aber du Gott, du weißt schon, du darfst ja nicht einfahren. Kannst du dir vorstellen. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Der Wind weht mit 7 kmh aus Süd-Süd-Ost. Morgen Mittwoch wird es recht sonnig. Über den Bergen entstehen aber Haufen Wolken. Am Nachmittag werden sie gebietsweise so mächtig, dass sie gewittrige Schauer bringen. Am ehesten im hinteren Regenzer Wald und im Mond davon. Es wird spätsommerlich warm. Am Donnerstag wird es trotz einiger Wolkenfelder recht sonnig. Zu Tagesbeginn sind einzelne Schauer dabei und dann auch wieder am Nachmittag. Auch am Freitag ist es wieder sonnig im Ländle bei geringer Bewölkung. Am Samstag ist es heiter bei 18 bis 25 Grad.